Heute habe ich einen Tintenroller angefertigt, wiederum aus einem Plank von Zahnrädchen auf blauer Folie. Das ist wirklich eine einzigartige Sache. Man sieht sogar die einzelnen Zähnchen der Zahnräder. Hergestellt hat diesen Plank wieder Andreas Haas für mich. Dieser Tintenroller mit magnetischer Kappe ist aktuell auch noch zu bekommen. Bei Interesse, einfach bei mir melden.